Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Jawohl, wir machen gleich weiter mit diesem Terminal, um die Erinnerung von dem lieben Dima zurückzuholen. Also, weiter geht's. Quasi ins zweite Level, wenn man so möchte. Weil angeblich soll hier sich jetzt nichts getan oder verändert haben. Plötzlich die Frage, ob es das hier ist oder das hier. Ich schau mal kurz hier rein. Verkeratenidentifizierung. 0V-9AX0. Konvertierung in Audioformat. Beginne Wiedergabe. Die Dinge in Fahrhaber stehen nicht gut. Mehrere meiner Leute wurden angegriffen. Bespuckt und ohne Grund. Ich glaub, das könnte passen. Das passt sehr gut. Aber wir können sie dazu bringen, uns zu vertrauen. Wir müssen nur einen von ihnen auf unsere Seite ziehen. Okay. Man darf erfahren, was ich vorhabe. Ich werde die Ausrüstung weit weg von Arcadia unterbringen. Der Ort dient auch dafür, Beweise verschwinden zu lassen. Zusätzliche Ortsdaten angehängen. Behelfsmäßige medizinische Einrichtung unter der Wimpop-Fabrik. Koordinaten heruntergeladen. Okay. Jo. Wir müssen hier weiter. Weiter, weiter, weiter. Nur... Jo. Wie? Ich nehme mal da so ein... Aha. 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 Strahl. Wir brauchen Strahl. Da drüben ist Strahl. Okay. Da drüben ist Strahl. Warte, ich stelle den mal wieder ab. Irgendwie, wenn's geht. Mal so ungefähr. Hallo? Abstellen? Ich will. So. Das muss ich mir jetzt anklubschen. Und zwar... Und zwar... Der Strahl hier... Geht da rüber. Alles klar. Das heißt, ich könnte da runter hüpfen. Wow. Und müsste den hier... Äh... Wegnehmen können. Ja. Das klappt. Ruck. 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 Den würfel nehme ich gleich mal mit. So. Gut. Bis hierhin haben wir ihn schon. Das ist ja schon mal schlecht. So. Ich stelle ihn mal hier hin. Dann muss der weg. So. Tada. Dann brauchen wir hier einen... Ich glaube wie den hier. Der ihn wieder... Kommt der das? Ja. Nun muss der gedreht werden. Eins. Na komm, drehen. So ist fein. Na komm. Klipp, klipp. So. Perfekt. Und der muss wieder weg. So. Tada. Geschafft. Zubi. Na meine Kleinen. Geht's euch gut? Und hier. Was haben wir denn da? Aha. Na. Okay. Ich versteh schon. Glaube ich halt. So. Wohin? Da so mietig, ne? Warte mal kurz. Ähm. Na. Wo hab ich das jetzt hingebaut? Hehe. Da unten brauchen wir nicht. Darum will ich ihn haben. So. So. Ich hoffe mit der Stimme und so passt das jetzt besser. Mir ist aufgefallen, endlich mal, dass ich viel zu laut bin. Ähm. Es ist halt meine Natur zwar, aber das muss echt nicht sein. Äh. Ja. Ich würde sagen so. Das müsste hier passen, ne? Ja. Dann würde ich sagen. Du da. Du da. Du da. Kommt darauf. Du passt. Und du da. Kommst. Darauf. So. Das müsste jetzt eigentlich auch wieder stimmen. Yes. Boah. Das lief supi. Aha. Und ich sehe schon Brücke. Bau eine Brücke. Lala. Eine Brücke. Lala. Eine schöne Brücke. Wunderbar. Ne Brücke. Woi sa sa. Na nü. Na der ist ein bisschen zu groß. Tch. Aber nur ein bisserle. Halt. Nicht runter purzeln. So. Na komm. Ja. Genau da rein. So. Dann du noch. Das müsste normal auch noch gehen. Da. Was? Ich stecke fest. Achso. Wegen euch kleinen Racker. Boah. Der hüpft so weit, ne? Also ich. Wir hüpfen so weit. Hüpf. Und du auch. Jaja. Den Speicher haben wir gleich. Warte. Dann haben wir gleich. So. 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 Boah. So Mädel. Wir können schon schöpfen. Glaube ich halt. Ui. Und was ist das jetzt? Simulation. Eindringling entdeckt. Eindringling entdeckt. Gegenmaßnahmen eingeleitet. Die hätte ich Idiot gleich bauen sollen. So. Boah. Unterfallen. So. Hier mal zwei. Da möchte ich hier gern noch einen haben. Und hier noch einen. Und selbstverständlich da drüben noch ein paar. Geht's überhaupt noch? Doch. Geht noch. Wunderprächtig. Aber jetzt ist es vorbei. Aha. Okay. Dann sind da drüben zu viele. Warte mal. Besser aufteilen. Wachbot leitet Löschprotokoll gegen nicht autorisierten Indizierer ein. So. Dann müssen die noch weiter rüber. Und zwar einer muss definitiv mal hier hin. So. Dann nehmen wir noch einen weg. Wachbot leitet Löschung von eindringendem Indizierer ein. So. Ich würde sagen du. Bau, 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 bau. Da wird scharf geschossen, meine Lieben. Du Gratler. So. Und ich würde sagen, hier ist vielleicht auch noch gut. So. Vielleicht ist sogar besser den da oben. Komm her, Schucki. Eher daher zu positionieren. Wachbot hat einen aktiven Eindringling entdeckt. So. Du bist eigentlich auch kurzlos da drüben. Es wäre besser, ihn hier aufzubauen. Glaube ich. Oder? Noch ein Stück vielleicht dahin. Wachbot leitet Löschung von eindringendem Indizierer ein. Schadenverletzung festgestellt. Leite Gegenmaßnahmen ein. Das hier passt doch nicht ganz. Ich würde eher sagen, dann hin. Schadenverletzung festgestellt. Was? Leite Gegenmaßnahmen ein. Wenn mich der Kleine geschupft hat, nehme ich. Äh. Nein. Möchte ich nicht. Möchte ich das jetzt nochmal machen? Nein. Gott sei Dank. So. Die waren das prima. Die stelle ich vielleicht... So. Die stelle ich vielleicht doch noch hier hin. So. Da müssten die schon mal sicher sein. Eindringling entdeckt. Und da drüben, da drüben, drüben. Hier. Müsste da nochmal auch schon passen. Hoffe ich halt. So stelle ich dich. Ja. Ist ja fein. Wow. Machen wir gleich. Heureka! Speicherdatenidentifizierung. Blblblblbl. Geht ja, oder? Ich find das so cool gemacht. Hm? Okay. Ich lade diese Erinnerungen herunter. Ich ertrage es nicht länger, Weichtvater Morten und die Kinder des Atoms anzulügen. Ich will einfach vergessen. Ich habe ihn gefunden. Ich weiß, wo der Schlüssel ist, mit dem man die Atomraketen im Boot starten kann. Weichtvater Martin glaubt, dass es seinen Leuten die Spaltung kriegen kann. Automale Vernichtung. Aber er ist unsicher, wie wörtlich er dieses Prinzip nehmen sollte. Ich kann nicht riskieren, dass er den Schlüssel findet und benutzt. Seine Leute haben mich zuerst als das akzeptiert, was ich bin. Allein der Gedanke, dass sie fort sind, schmerzt mich schon. Okay. Zusätzliche Daten angehängt. Ort Harbour Grand Hotel. Schutzraum. Code 485130. Okay. Aha. Na, da muss er ja durch, ne? Da muss er durch. Jawohl. Ähm. Ich habe nur keine Ahnung, wie man den jetzt kaputt kriegt. Kaputt kriegt. Der ist irgendwie da oben, droben. Ach du heilige. Ja. Gut. Das heißt, der Strahl kommt da ungefähr. Also muss ich den Würfel. Äh. Eigentlich. Boah. Geht das? Ich muss mal kurz abstellen. So. Dann muss der Würfel, na. Der Würfel muss da her. So. Du Würfel musst da her. So. Na, gute Nacht. So. Der Würfel muss natürlich dann, wenn es geht. Na, das heißt hier drauf. Natürlich geht das nicht so, wie ich das gerne hätte. Ui. So. Du Würfelchen musst da drauf. Wie hoch noch? Das ist schon ein gutes Stück. Und dann brauche ich natürlich noch den Würfel. Der. Na, komm. So. Haben wir noch welche? Ja. So. Ich glaube, du bist auch noch fällig. Wow. Warte. Mal so machen. Vielleicht komme ich da jetzt hoch. Äh. Nein. Fast. So. So. Mal hoch hüpfen. Hü. 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 Hüpf. So, jetzt aber. Jawohl. Und. Dann brauchen wir noch einen. Bestimmten, ne. Wo ist denn der... Hätte ich mir den da zuerst holen sollen? Geht ja auch, ne? Die brauche ich den, der um die Ecke strahlen kann, den grünen, ne? Achso! Oh, das ist noch komplizierter als gedacht. Da gibt es doch diese komischen grünen, ne? Die brauche ich jetzt zuerst. Wo kriege ich die jetzt her? Ja, die grünen leiten ja von da unten nach da oben. Die können das irgendwie. Und dann kann ich erst weiter. Ja, das ist jetzt natürlich, äh, doof. Weil hier brauche ich ja auch noch was. Habe ich den da schon eingebaut, zufällig? Unabsichtlich? Nö, der ist es nicht. Bist du es? Na. Nochmal da hingehen. Vielleicht ist er hier irgendwo versteckt. Dieser eine besondere. Vielleicht auch er da oben. Aha. Aha. Okay. Mhm. Aha. Ja. Da irgendwo wird er jetzt sein, ne? Oder könnte er sein? Ja, das ist natürlich jetzt wieder... Und so. Da, ist da irgendwas? Da ist da irgendwas? Nein. Da ist gar nichts. Da drüben sind. Wow. Da drüben wären solche Blöcke. Schaut da oben. Die grünen. Die brauchen wir. Die brauchen wir... Ja. Das heißt, ich muss da wieder hoch. Sachte. Wow. Sachte. Ähm. Ja, natürlich bleibe ich hier stecken. Ist so logisch. Wow. So. Jetzt geht's. Hoi, der Kau. So. Das heißt, ich muss es schaffen, irgendwie... ...darüber zu kommen. So. Alle hopp. Hui. Natürlich falle ich da irgendwo runter. Das ist so klar. Ach, ich Idiot. So. Nein, möchte ich nicht. So. Ja. Die Dinger brauchen wir. So. Nochmal da rauf. So. Und jetzt looken. Das heißt, die müssen jetzt... Die müssen jetzt hier irgendwo sein, ne? Na, nicht da rauf. Ich wollte runter eigentlich. So, ja. Ah, die sind komplett andere Seite drüben. So, jetzt kriege ich es erst mit. Okay. Jetzt habe ich es erst kapiert. Na toll. Na, komm. Hork. Hork. So. Auf der Seite drüben sind sie. Na, toll. Ja, leuchten wir eh schön gegen hier, ne? Da sind sie. So. Wie komme ich da... Ich verstehe schon. So. Würfelchen. Komm mal her. So. Ähm. Noch ein Würfelchen, bitte. Ja, du. Ähm. Vielleicht. Ja, so. Und vielleicht noch ein Würfelchen. Für so von mir aus. Und so. Einer noch. Geht noch einer? Seitdem da oben brauche ich. Hui. Na, jetzt hüpft sie nicht. Ha. Ja, Mädel. Du musst schon hüpfen. Wow. Natürlich hat die Fall ins Endlose. Wow. So. Ruck. So, jetzt auch. Hui. Der kam. Jawohl. Ja. Das schaut schon besser aus. Kriege ich die raus? Nein. Aber den da kriege ich. Aha. Na gut. Den brauchen wir jetzt eh sowieso. Hui. Und zwar. Jö. Ähm. Dafür. Warte mal. Stell dich mal ab. Abstellen. Abstellen. Hoch mit dir. Und. Na. Ja. So. Hm. Jawohl. Genau so. Jetzt können wir wahrscheinlich die hier verwenden, ne? Oder? Aha. Okay. Na komm. Okay. Ich glaube, den kann ich schon mal ungefähr mitnehmen. Hups. Oh. Hups. Wow. Der geht ganz schön hoch, ne? Hups. Hups. So. Das geht? Das geht. Ist schon fertig. Super. Das heißt, den muss ich mit darüber nehmen. Okay. Den muss ich mit darüber nehmen. Warte zuerst. Äh. Abstellen. Zuerst mal. Das ist echt cool gemacht. Oder? Was sagt ihr dazu? Ich finde das echt cool. So. Komm. Dann. Ich brauche mal nimmer. Ich sehe nix. So. Ich sehe doch nichts. Dann hier. Ja. La 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 la. Ba bam. Poruk. Dann so. So eine coole Idee. Wirklich wahr. La la la. 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 schon langsam anfangen, glaube ich, diese Schussdinger mit aufzubauen. So. Ich würde sagen, ich baue dann schon mal, weil es schon sehr verdächtig ausschaut. Ich würde sagen, hier einher, da einher. So. Würde ich mal sagen. Dann, gut dann, mein Guter, nehmen wir dich gleich mit. Und ich muss da außen raus, ne? Ui, 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 ui. So. Ja, ja, schon gut. Die können dabei schon mal ballern, das ist gut so. Aha. Das muss dann circa in etwa hier so sein. Ne? So. Das heißt, ich muss noch einen von diesen hellen Würfelchens mitnehmen. Schreibe ich das? Ja! Jawohl. Boah, das war... Das war... Das war schön. Das hat die Zocke gut gemacht. Das hat die Zocke fein hinbekommen. Ja. Boah. So. Eureka. Passt. So. Einmal drauf und nicht daneben drauf. So, ja. Und du wirst gedreht so hin. Glaubt das jetzt? Da hat sich nochmal gedreht, ne? Der Trottel. So. So. Jawohl. Sehr gut. Passt. Jetzt nehm ich den da mit. Den brauchen wir eh nimmer. Boah, ne? Da ist mir bin ich zu gefächigen, so zu helfen. So. Will zurück. So. Jetzt sehen wir wieder was. Und nochmal kriegst das nochmal so hin. So schön springen. Eureka. Ja sicher kriegen wir das hin. Bitte. Null Problemo. So. Tadadadam. Ich würde sagen, das so. Und gleich den nächsten geholt. Da können wir E.D. nehmen. Wachbord leitet Löschprotokoll gegen nicht autorisierten Indizierer ein. Jojo. Kann der ruhig machen. Ist schon gut. So. Dann würde ich sagen, da so. Wir werden aber auch schon mal wieder eine Schutzanlage bauen tun. Wie würde ich? Ich würde sagen, da. So. Nicht so recht, oder? Doch. Irgendwie schon. Aber nicht so recht, ne? Warte mal kurz. Die kleinen Dinger sind so. Die schauen jetzt wirklich aus wie Fleischwanzen. Nur halt ähm Datenfleischwanzen. Von von Gotik, ne? Also Goffik. Baum. Ja, ja. So. Klipsel, klipsel. Jawohl. Das ist ein bisschen doof, da so viel herumlaufen zu müssen. Gibt's da nicht irgendwie was Besseres? Nein. War so klar. Ja, dann sprint man doch. Ich will sprinten. Man kann net. Ich darf net. Ich darf net sprinten. Der würde sich eher gehen wollen. Hallo? Na ja. Dann halt net. Dann hüpf' ich halt lieber. Hüpf. So. Dahin. Ja, meine kleinen. Gleich ist soweit. Hui. 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 Dabei könnte ich noch überprüfen, ob hier wohl kein Gratler ist. Aber ich glaube net. Eins, zwei. Okay, einen hätten wir noch zum Vergeben. Ich glaube, den werden wir oben hinstellen. Hü, hüpf. Dann haben wir den dritten Geschützdingens da. Ja, dann hier. Und so. Irgendwo hier hinbauen. Warte. Der zweite. Den will ich gleich mal. Wenn's geht schon. So. Klappt das? Ich hoffe, dass das so geht. Und den dritten. Da, so. Bau, 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 bau. Hü, dada. Hü, dada. So. Komm her. Wachbord leitet Löschung von beindringendem Indizierer ein. Da, 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 da. So. Dann hier hin. Ich glaube, einer noch. Dann sind wir schon fertig. Dann sind wir fertig. Dann können die schon schöpfen. Boah, die haben immer weitere Strecken zum Hatschen, ne? Die armen kleinen Viecherlein. So. Da, 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 da. Da sind keine Viecher. Wachbord hat einen aktiven Eindringling entdeckt. Da, 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 ba, ba, baum, baum. Und? Ah, die können schon. Entschuldigung. Dann. Datenverletzung entdeckt. Ebenmaßnahmen eingeleitet. Ja, schießen tun sie. Jo, eigentlich klappt es ganz gut. So, Entschuldigung, ich bin noch im Weg. Jo, Entschuldigung. Wiii. Da laufen sie. Ich gehe schon mal da rüber. So. Also, ich dürfe gleich weiter gehen. Jo, müsste gleich fertig sein. Die anderen sind schon unterwegs. 60%. 80 und 100 nochmal. Jawohl. Und der letzte ist gleich. Und, und. Yeah. Sehr gut. Das läuft supi. Ja, gerne. Und. Hol. Ich finde, das ist so cool gemacht. So. Wo sind wir da? Ich habe einen Notfallplan entwickelt. Falls Fahrhaber die Wahrheit erfahren oder trotz meinen Bemühungen ein Eilzug xenophobisch werden sollte. Ich weiß, welche Turbine Fahrhabers Kondensatoren versorgt. Eine Todmannschaltung würde dafür sorgen, dass sie dem Nebel und den Kreaturen darin ausgeliefert sind. Aber jetzt, wo es so weit ist, kann ich das wirklich tun. Dieses Massaker, das ich vorbereitet habe. Ich werde den Befehlscode aus meinen Erinnerungen löschen. Ich werde eine Kopie verstecken für den Notfall. Aber nicht in meiner Nähe. Das Ding widert mich an. Zusätzliche Ortsdaten angehängt. Koordinaten für Totmannschaltung, Befehlscode und Windparkwartungsgebäude. Das geht durch? Echt? Das wird durchgehen? Na, oder? Ah, das kommt von oben. Ey, ich bin so gescheit. Ich dachte, das kommt von unten. Na, das kommt von oben. Und ich fall runter. Boah, ich hab nur Glück. So, also. Ja, das Loch gehört eigentlich auch zugestopft. Um, für meine Sicherheit alleine. Ja. So, wo ist da... Aha. So gehört er rauf. Klipsel, klipsel. Na, so. Yeah. Weißt du was? Ich stopf das echt zu. Das ist ein bisschen gefährlich. So. Na, wo ist er denn? Der Würfel? Nehme ich halt die. Das macht recht. So. So. Ich fall da sicher irgendwann mal runter. Also, zu mit dem Dreck. Komm. So. Und. So. Jetzt kann ich schon sicherer laufen. So. Und nun. Aha. Ich verstehe schon. So. Den lass ich mal so. Jetzt muss ich schauen. Dass wir hier... Ich muss mal so machen. Dass ich hier... So. Und. So. Ich glaube, das passt schon so, ne? Und da noch einen hoch. Und dann kommt der Grüne drauf. Also mit dem Grünen halt. So. Na, würdest du bitte? Danke. Und jetzt kommst eigentlich du. So. Mit drehen. Drehen, drehen. So. Dann müsstest du da hin. Und du müsstest so gedreht werden. So. Und drauf. Stimmt das? Ja. Und wie? Das stimmt. Supi. Das lief gut. Das lief sehr, sehr gut. Gut. Jetzt müssen wir... Ich sehe schon. Den Kerl weiter darüber. Dass er zu dem Grünen hinkommt, ne? Okay. Da können wir wieder rauf. Das ist sehr, sehr gut. So, meine Kleinen. Ja, gleich könnte es weiter kranken. So. Schau mal. Die gute Zocki ist ja da. Schau. Jetzt geht's schon. Wie hat es denn der eine jetzt rüber geschafft? Das ist so wieder so ein Ninja-Typ, ne? Der kann das. So. Also von hier müsste es jetzt da... Von da müsste er strahlen, ne? Das heißt... Wie stelle ich denn das jetzt an? Ich bräuchte noch so ein Grün. Ah, brauche ich gar nicht. Es könnte die Höhe passen. Die Höhe kann passen. Ich muss nur dafür schauen. Oder bitte da rumschauen. War das deutsch? Ah, da können die Kleinen durch. Okay. dass das immer so weiter geht. So. Quasi. Circa in etwa. So. So. Na komm. Und du da. Na. Ja, so. So. Dann wieder der hintere. Nach vorne. Geht das? Jetzt schon. Dann wieder der hintere. Oder sind wir schon zu viel? Nein, ich glaub nicht. Das geht nur ein Stück. Jawohl. Und? Zack. Jetzt. Na, einer noch. So. Jetzt. Und da kommt jetzt normal der Kerl drauf. So. Normalerweise. Schauen wir, ob's geht. Aha. Okay, eins weiter. Das ist immer ein bisschen schwer zum Abschätzen, das Ganze. So. Na. Komm jetzt. Ja. Jetzt aber. Jawohl. Klappt das? Klappt das? Klappt nicht, ne? Muss das von da unten? Hahaha. Ah. Schön. Das muss von da unten. Das muss von da unten. Okay. Okay. Oder von da drüben. Aha. Ich versteh schon. Okay. Okay. Aber ich lass den jetzt trotzdem mal da. Obwohl sich das jetzt gar nichts bringt. Ich muss nur den da. Na. Ich brauch schon den. Aber anders. Ja. Anders. Das war wieder ganz doof von mir. Entschuldigung. Ich dachte, das wird so auch gehen. Natürlich muss er da hin. Da muss der Strahl hin. Ist ja logisch. Zocki, was machst du da? Was machst du da? Geh nochmal ins Bett und ruhe dich aus. Vielleicht geht's später besser zum Spiel. Ah. So. Also nochmal mitgenommen. Das war richtig doof von mir. Entschuldigung. Ja. Ah na. Das geht dir gar nicht anders. Oh. Habe ich jetzt einen Blödsinn gemacht? Jetzt bin ich hier verwirrt. Also der muss bleiben. Dann muss es hier noch so ein Grün geben. Warte mal kurz. Dann muss es hier noch ein Grün geben. Dass ich nochmal ein Eck machen kann. Ich geh mal rüberschauen. Da oben ist er, ne? Hm. 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 Ich seh schon. Hm. Da unten. Da muss er rein. Nicht da drüben, sondern da unten. Ähm. Jo. Warte noch kurz da nach hinten schauen. Ob es da irgendwie noch so ein Grün gibt. Nein. Da unten ist es ganz nicht. Ist auch nicht schlau runterzufallen. Gut. Sehr gut. Ähm. Jo. Wir müssen schauen, dass der Strahl dann nach unten geht. Das heißt, ich muss oben alles wegnehmen. Dann kommt hier runter bis hierher der grüne Strahl, ne? So. Aha. Da komm ich wieder rauf. Alles gut. Alles gut. Was? Den stell ich mal kurz. Moment. Den möchte ich gern... Na komm. Nur da rauf. Ja. Danke. Genau das hab ich gemeint. Ich verstehe schon. So. Horuck. Horuck. Äh. Horuck. So. Ich hab schon kapiert. Selten, aber es kommt vor. So. Und du musst auch weg. Perfekt. Jetzt geht er ganz runter, ja? Wow. Ah, ich bin so doof. Ich dachte, unten wär jetzt der Boden, ne? Haha. Ja. Was? So, du kommst mit. Nein, nicht so. Ich seh so nix. Ich seh so nix. So. Also der fährt jetzt wieder ganz runter. Mit dem Zeug. Und wir müssen hier runter. Ja. Hier runter. Und dann sind wir mal da. Gut. So. Wo ist jetzt dieser doofe Strahl? So. Stell ich mal hin. Block. Ich brauch dich. So. Noch ein. Äh, da müsste irgendwo. Da. So. Gut, dass ich die hier hergebracht hab. Das war gar nicht mal so doof von mir. Ja. Und so. Okay. So. Jetzt sind wir den zweiten holen. Das wird voll kompliziert. Schon langsam. Aber es ist cool gemacht. Da kann man sagen, was man will, meine Lieben. Das ist einfach nur cool gemacht. So. Ich hoffe, ich stürze jetzt nicht in den Tod. Das würde mir jetzt gar nicht passen. So. Einfach mal hingestellt. Bitte. Na, irgendwie mal. Einfach nur so. Genau. Dann brauchen wir nochmal so einen. Dann nehm ich gleich den hier. Ich würde sagen, da her. Und du musst. Grün ist so. Du musst irgendwie da so drauf. So. Yeah. Klappt. So. Jetzt müsst ihr hinten nochmal rausstrahlen. Dann nehmen wir den jetzt noch mit. Ich möchte mir nämlich einen kleinen Weg bauen. Sonst werde ich da irgendwann mal. Nämlich. Ähm. Durch meine Ungeschicktheit in den Tod stürzen. Ja. So. Na komm. Ja. Willst du? Hallo? Danke. Nur so wenigstens, ne? Danke. So. Da traue ich mich dann schon wieder zu hüpfen. So. Ist der jetzt schon weg? Jupp. Ist weg. Gut. Das heißt, wir können wieder rauf eigentlich, ne? Dann hätte ich jetzt gar nicht darüber hüpfen brauchen. Hü-hüpf. So. Können wir den eigentlich gleich mitnehmen? Lali-lali-la. Hü-hüpf. Hü-hüpf. So. Dann noch hier rauf. Ich glaube, da muss ich den kurz mal abstellen. So. Ich sehe nichts. So. Dann luken wir mal. Da-da-ra-ra-ra-ba-bam. Mhm. Mhm. Okay. Ich fange schon mal an, wieder die Sicherheitsdinge aufzustellen. Glaube ich. Na. Naja. Okay. Vielleicht. Nur mal so. Schwirren hier noch irgendwelche Viecher rum. Da drüben tatsächlich. So. Ich würde sagen, so. Ich würde sagen, so. Der Rest kommt drüben hin. So. Du kommst gleich mal mit. Ach, wie schön. Das haben wir dann auch schon geschafft. Sehr fein, fein, fein. So. Jetzt ist die Frage, ich glaube, ich werde sie eher so gehen lassen. Boah, fallen mir jetzt ja nicht runter, du Viech, ne? Ja, freilich fallen die runter. Ach, das hätte ich nicht machen sollen. Ich lasse die da so. Entschuldigung. So. Dass ich da nicht sprinten darf. Das ist... Rüttlgrö. Aber da dürfte ich jetzt keine hellen... Habe ich da noch helle? Eigentlich, jo. Nimm mal die noch schnell. Was? Eindringen in Langzeitspeicher festgestellt. Wer macht denn sowas? So. Dann muss ich mal kurz darüber hüpfen. Weil ich muss hier bauen, meine lieben Viecherleins. Bachbord hat einen aktiven Eindringling entdeckt. So. Okay, die schießen ja alle mit, ne? Jo, ja, das passt dann. Wobei du wahrscheinlich überflüst... Naja, nicht überflüstig. Ich glaube nicht. Na. Na, du kleiner Gerl. Ich bin nicht klein. Ja, ja. Ja, ja, schon gut. Okay, das klappt nicht. Aber jetzt. Warte kurz. Ich sehe echt nichts. Aber jetzt. So. Hüüb. So, jetzt müsst ihr ihn eigentlich schon bald passen. Wachbord leitet Löschung von Andringen und Indizierer ein. Einen einzigen. Einen einzigen noch. So. Dann haben wir es auch schon. Ruck. Äh, da rüben haben wir einen Stubi. Dusch, dusch. Da wird scharf geschossen. So, ja. Ist gar nicht mehr so einfach, das Ganze hier. Und wenn wir dann hier jetzt die 100% haben, machen wir Part Schluss. So. Jawohl, ja. So, meine Liebe. Könnt schon schämpfen. Na, würdest du dich... ...da hin? Danke. Vielleicht noch ein Stück weiter vor. Eindringer Indizierer entdeckt. Na, nu. Schießen die nicht. Komm. Doch, doch. Müsste passen. Eins, zwei, drei, vier. Der mag das. Komm, mach. Der hat keinen Bock mehr. Der ist beleidigt. Oder kaputt. Okay, der geht doch. Eins, zwei, drei, vier. Ich glaube, der ist besiegt. Ah, nein. Der sammelt ja gerade oder wie. Ach, wurscht. Macht nix. So. Jetzt heißt es wieder warten. Wir warten. Wir warten. Wir warten. Ja. Ja. Mach mal. Jetzt wollte er tatsächlich die ganze Insel zerstören. Kannst du sagen, was du willst? Kasumi hat gar nicht mal so unrecht. Der kleine ist echt schlau. Beindringling entdeckt. Schrotthaufen. Warten. 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 Ein Dinger Indizierer entdeckt. Ah, da kommt er schon angekrabbelt. Ich glaube, da hinten nehme ich wirklich noch einen weg. Den hintersten. Wow, fast runtergefallen. So, dich nehme ich mit. So. Und stell dich hier hin. So. Wenn's geht. So, das muss ich jetzt auch funktionieren. Ja, das haut besser hin. Gleich haben wir's geschafft. Ich, 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 ich. Jawohl. Jawohl. Bestätigt. Gute Arbeit. Du kannst jetzt wie gewohnt über den Datenstrom auf die nächste Erinnerung zugreifen. Sehr gut. Bevor, ja? Was? 0, Z, Strich, 7, A, 4, K. Konvertierung in Audioformat. Beginne Wiedergabe. Bleib weg von mir. Was? Was zum Teufel bist du? Ich bin's. Wir sind zusammen aus dem Institut geflohen. Ich bin dein Bruder. Ich habe keinen Bruder. Ich bin Nick Valentine. Und niemand in meiner Familie ist ein Freak mit Plastikhaut. Du bist nur verwirrt. Lass mich dir helfen. Bleib mir vom Leiden. Ich will dich nicht verletzen. Auf Wiedersehen, Bruder. Wiedergabe beendet. Jetzt müssen wir den Part beenden. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.